um er hat er gehört jetzt willkommen zurück zu reisen sie oder und rosenberg da hat sie immer noch in dieser er ist sie kalten schamanen höhle gefangen und müssen sie sind das ist sehr schön daran zu leuten schön dass du diese markierung sie ist trotzdem ich weiß nicht mehr genau wohin wir sind einfach mal drüber ich hasse diese slack lines ohne scheiß was sehe ich denn wieder ja ich sehe was sehr schön da oben ist die nächste markierung die sind glücklicherweise keine abzeigungen diese höhle die muss doch wirklich gut ach du meinst die da ok kann ich hier was machen nein ich kann hier aber was läuten so und dann sollten auch die klänge weitergehen warte mal da alles klar kriechen trotzdem auch gucken was in der anderen richtung ist das ist eine kiste oder so man ich dachte hier ist eine kiste schade eigentlich schade schade schokolade ich hätte eine ausrüstungskiste mit blauglanz blauglanz bitte tausendfach wir müssen da entlang trotzdem gehe ich hier entlang weil könnte doch fast am ende sein ich weiss ich gehe in die Fallschöne und das ist mir bewusst aber genau deswegen aber dann wohin Aloy ich weiß ganz genau dass wir hier nicht lang müssen trotzdem bin ich hier lang gegangen weil irgendeine Ausrüstungskiste und so weiter ich will doch keine Rohstoffe verschwenden vielleicht gibt es ja auch irgendwo blauglanz stehe hoch hm hm kriegen wir hin Herrscher ich muss aufpassen was war das für Geräusch ok ich werde den einfach mal ziehen ok hm ich bin leicht verwirrt aber ich gehe einfach mal den Weg hier weiter und hoffe dass es der richtige ist oh Gott ich hasse diese Jumperruns so ok letztendlich kommen wir eh da runter jo dann sind wir ja letztendlich eh den richtigen Weg gegangen erhöhnt ich hab von Anfang an gewusst dass wir hier lang müssen Leute also ich war ins Ding ich muss an diesen Kirschern vorbei so oder so das hier sind doch nur Pirscher das hier sind doch nur Pirscher oh Gott ey du heilig ok ich bin weg Leute ich vergesst mich wie fucking schnell die sind ich vergesst mich wie fucking schnell die sind Aua ich glaube ich ziehe da doch lieber mein Vestracks-Ausbild an auch wenn ich nicht so stylisch ist so Schildweberin drauf okay und dann kannst du mich mal und dann kannst du mich mal Nup so fall nicht runter ich brauch deine items so das besondere Rande ich sag doch fall nicht runter ciao gut also das Besondere an der Schildweberin an dem Schildweberin Outfit das ich gerade anhabe ist vielleicht seht ihr den Unterschied oben an der Lebensleiste die ist jetzt blau, das ist quasi eine zweite Lebensleiste die blaue ist quasi ein Schild was die Feinde noch runterdamagen müssen bis sie zur echten Lebensleiste kommt deswegen ist diese Schildweberin ein bisschen op ich werde es einfach trotzdem mal anhaben, warum? weil ich es kann so und ich auf keinen Fall umsterben will, weil ich mich übrigens blöd anstelle weil die Pirscher hier gibt es noch einen willst du mich verarschen? warte mal na, hier gibt es noch einen wo ist die Frage? ja komm, löst aus ja, löst aus die Pirsche sind doch eh tot du kannst auch nur wissen, wie du willst ich lade trotzdem mal drei Pfeile zur Sicherheit ähm folge dem Schamanenpfad ja gut, wo geht denn der weiter? da dann, okay, alles klar gehe ich hin muss ich jetzt irgendwie nach oben, oder was? blöd gefragt, wie komme ich da hoch? ich sehe hier nirgendwo ein Aufstieg da oben sehe ich eine Slackliner wie komme ich da hoch? ich gucke mich einfach mal um ach, hier geht es weiter ja gut das gibt anscheinend einen richtigen Weg finde ich gut ja, hier geht es hoch alles klar finde ich gut so, ey Leute go, go, go hier geht es doch der Weg ist falsch hier geht es raus ist das denn der richtige Weg? hm ich bin gespannt was jetzt auf dem Pfad kommt also das sieht hier wirklich so aus wie so ein Schamanenpfad im Himalaya also wirklich mit den ja, ich weiß das sind keine im Himalaya das sind keine Schamanen das sind Mönche das sind schon ganz bewusst aber mit so mit den Flaggen hier mit den Hängenden und so weiter das sieht schon ein bisschen so aus also das erinnert ein bisschen dran vielleicht wurde das auch ein bisschen daran inspiriert ich weiß nicht aber ich habe so gerade ein bisschen die Vermutung und ich finde einfach dieses Szenario mit Schamanen und so das passt ehre gut in diese Welt ich werde ja einfach alles mitnehmen, was ich hier finde ähm kann ich da ach so das ist so eine Art Wippe mach es mal bitte hoch sehr geil nice sehr schön okay finde ich gut das ist eine schöne Mechan nehmen wir was zum Läuten machen wir natürlich wisst ihr woran mich dieses Geräusch erinnert dieses Geräusch dieses Läuten das erinnert mich ohne Scheiß an The Legend of Spyro A New Beginning die eine Welt die eine Welt mit dem Dschungel wo diese Gürteltiere waren also The Legend of Spyro A New Beginning die Stelle mit den Gürteltieren die Glocke oder besser gesagt die Trommel oder keine Ahnung wie das Instrument heißt was man geläutet hat also das Teil was man betätigt hat um die Gürteltiere zu rufen das hört sich exakt so an wie oh Gott das hört sich exakt so an wie das Läuten von dem Schamanen Teil da eben also wirklich exakt das Retrofeeling gerade genauso ist das Kiste ja hallo nehme ich gerne mit ich will doch nur Blauglanz was ist das helles Oxid Figment helles Oxid spezial nehme ich mit da gibt es neue Stück okay ja ich wollte Blauglanz verdammt man hier die Brücke ähm also ich komme hier nirgends hoch ist mir bewusst kann ich in jedem Wasserfall reingeredet nein natürlich nicht wenn wir noch ein bisschen Zeug aus Mainz haben und können das finde ich schon sehr reizend aber wo kommen wir denn genau weiter warte wir gucken jetzt haben wir noch das ganze Trüffelzeug hier ein weil das ist Medizin Medizin ist sehr wichtig in der Spiege hier sind wir gerade runter das bringt uns gar nichts nein 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 ey Leute wir wollen gehst du mal bitte runter komplett danke ich weiß nicht was ich hier gerade mache ich mach's einfach guck mal bringt mir das hier was ich weiß es nicht ich tue es trotzdem ne da bringt man schon gar nichts okay also ich muss über die Leitheit da runter aber wo dann weiter unten geht es nicht weiter ich werde einfach loslassen oh Gott Aloy so nein es wird uncut so wo kommen wir denn hier weiter ach da da ist ja ne Leiter jetzt hat mir das doch gleich verdammt nein das wird nicht geschnitten in Horizon gibt es keinen Schnitt ihr bleibt alles uncut so ich mach's schon ich muss am Seil ziehen um das Ding in Position zu bringen ähm dann Tiermzeil los eyle hast du fein gemacht okay die Brücke füllt sich los komm ich dann bis darüber oh Gott das tat weh ja Schilde regeneriert euch bitte ganz wirklich wie krass das aussieht wenn sich die Schilde regenerieren was höre ich hier das war das Schild was ich auch geladen habe ähm und 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 wir sind da sehr nice sehr geil okay dann war das für eine Rechte auch gelöst finde ich schön in dem Schild noch so ein Baum schon zu sein wenn ich das richtig sehe noch eine schöne Slackline die wir auch schon von unten gesehen haben so oh scheiß könnt ihr so balancieren ich nämlich nicht ist einfach mal so krass und eyle macht das ja auch mit vollem Gepäck also mit dem schweren Boom mit den ganzen Pfeilen mit ihrer voll krassen Rüstung also das ist oberkrass mach mich schwach geh wieder hoch sofort komm wieder fast runtergefallen wegen dir sehr geil nein lass mich wieder hoch lass mich wieder hoch oh Gott oh Gott da wollte ich ein bisschen zu schnell sein geh wieder hoch schön langsam und sprung sehr schön genauso wie ich das haben wie verschneit und düster es hier wird das ist schon leicht episch muss ich schon anmerken ich bin auch schnell laufend wir haben warum schlendern wir ihn eigentlich komm Speed eylein ich sag was du kannst du bist schon ausgelaugt bis wenn da oben irgendwas passiert ähm überlebe ich doch oder huuuh joi eylein halt ich verdammt nochmal fest ja ja gut warum die sind Maschinen sehr selten gar nicht also nie egal lassen wir das mit den Maschinen wir müssen hier irgendwas läuten naja natürlich Ritualmarkierung ich hab bis jetzt zwar noch nicht herausgefunden wofür das überhaupt ist natürlich wir uns wird der Weg fast durchgezeigt aber wir haben bis jetzt auch den Weg gefunden ohne dass wir das geläutet hätten also ich weiß ja nicht ob das so muss ist vielleicht gibt's nicht Schiepen wenn man alle geläutet hat die auch nicht davon ist ein Lagerfeuer das gefällt mir wieso war der Schild gerade heruntergefahren von meiner Rüstung wieso war der Schild gerade unten ey lol Schild darf nicht unten sein der Schild ist überlastet durch den Impuls vom Tor das ist ja mega assi das ist ja mal wirklich mega assi den Impuls hab ich jetzt kein Schild da unten ne das gefällt mir jetzt ja mega das gefällt mir jetzt ja mega wir sprechen erstmal zwischen dann gucken wir mal weiter ja ich weiß dass du überlastet bist und dass ich dich wohl kaum gebrauchen kann wo kommen wir jetzt hier weiter das ist noch ein das Interesse hier werden wir wohl kaum runterkommen sieht gut aus ja nehmen wir auf jeden Fall mit ich werde auf jeden Fall alles mitnehmen was ich hier finden kann ohne Scheiß dann geht ihn immer hochklettern rein theoretisch rein der Theorie ich weiß dass du überlastet bist es ist mir bewusst ich weiß auch dass ich da irgendwo hoch muss nur ich hab immer noch keine Ahnung wie ich will mich zur Kante fallen lassen oh wohl will ich mich denn zur Kante ne ich will ja nicht runter ich will doch hier rein oder nicht hier müssen wir runter her sagt mir das doch also wir werden ein großes Problem bekommen das sehe ich jetzt schon wir werden ein großes Problem haben ja gut das machen wir dann nicht mal ja auf jeden Fall lasst mich klitzig in den Kommentaren auch noch eine klitzige Bewertung würde mich darüber freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder ich bin gespannt wie wir das schaffen wie wir das angehen ich hab keine Ahnung aber auf jeden Fall Raon sagt tschau macht's gut und bis zum nächsten Mal Leute tschau und bis zum nächsten Mal Leute Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020